hallo und herzlich willkommen zum neuen video am servestertag 2021 leider gibt es auch in diesem jahr nur jugend feuerwerk sprich keine regulären von denen keine raketen keine feuerwerksbatterien und was er so kennt hier sind zunächst einmal die reste volle kanne dann schafft verfahren push up und nicht zu verwechseln hier ja auch noch mal dazu kommt außen t die hierverlässlich party knaller müssen wir mal gucken wie das dann letztlich wirkt sogar noch hier mit dem preis das sehen 150 aus dem normal wilde hummel links zu sehen rechts silberne knallteufel die habe ich jeweils aus dem norma für 1 990 die gut habe ich die genau das sind die guter nicht den kopf hin und her schütteln ich habe dies ja noch mal aus norma hier just for fun geholt und pushen ab ein absolutes highlight in diesem jahr ist hier in form einer rakete feuerwerk frohes neues und dann kommt hier noch gut lag also immer das sein mag wenn man es anzündet aber ihr werdet ich halte euch auf den laufenden stand von amazon weil ich nicht was das sein soll letztlich aber irgendwie mit 1200 schuss irgendwo ein teil werden mal schauen was dann rauskommt von einem weiteren händler der auf amazon seine jugend feuerwerks artikel verkauft habe ich bereits anfang dezember bestellt von daher haben es erst recht richtig gemacht gold und silber regen von nico als hersteller und was er dann seht so mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen ich habe ja hier nach außen dd fantasy eis von eissterne kostet 3 euro die packung und spaß dann draußen bei mir